Wie du anhand eines einzigen Motivs, also Verkaufsmotivs, schon dir so eine coole Pipeline aufbauen kannst, das werde ich dir jetzt in diesem Video erklären. Und dieses eine Motiv, was wir uns jetzt rauspicken, ist zum Beispiel finanzielle Gründe. Also eine Immobilie muss aus finanziellen Gründen verkauft werden. Und jetzt stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt als Immobilienmakler, also Menschen akquirieren will, die aus finanziellen Gründen ihre Immobilie verkaufen müssen, wer sind jetzt meine Ansprechpartner, meine Multiplikatoren, die ich mir aufbaue, um daraus entstehend wirklich permanent neue Objekte zu bekommen. Und schauen wir uns das mal an. Wenn du also zum Beispiel ein bisschen Ahnung hast, auch in diesen Themen, dann wirst du ganz schnell verstehen, warum das so cool ist. Wenn du noch keine Ahnung hast, auch nicht so schlimm, weil finanzielle Gründe sind etwas, wo Menschen einfach Hilfe brauchen. Und diese Menschen gehen dann wieder zu anderen Menschen, damit sie diese Hilfe bekommen. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt also sozusagen im Bereich sogenannte Schuldnerberater. Schuldnerberater, also es gibt auch da so eine Qualitätsstufen. So ein Schuldnerberater, der unterhält sich jetzt eben mit Leuten und zeigt denen den Weg, wie sie aus der Schuldenfalle rauskommen. Häufig gibt es aber im Prinzip so einen Point of No Return. Also die kommen da nicht zurück oder die kommen da nicht mehr raus. Das heißt, die müssen ihre Immobilie verkaufen. Ein Schuldnerberater ist ein Tippgeber, wobei Tippgeber, und da teile ich immer, ein Tippgeber ist eine Privatperson. Und ein Schuldnerberater ist keine Privatperson, sondern eigentlich eine Geschäftsperson, selbst wenn sie eine angestellte Person ist bei einem Schuldnerberater, ist aber ein Multiplikator. Also ein Multiplikator ist immer eine Geschäftsperson, die auch die Zielgruppe besitzt, die du gerne hättest, wie zum Beispiel ein Steuerberater, Erbschaftsanwalt und so weiter. Mit einem Schuldnerberater kannst du einen Deal machen. Denn entweder gibst du ihm zum Beispiel ein Beratungshonorar, was du ihm bezahlst, oder du kannst ihm auch eine Provision bezahlen. Aber wie gesagt, nicht mehr als 10 Prozent, weil wir wollen hier keine Leute, also ich zumindest, ich würde es nicht tun. Ich möchte keine Leute haben, die einfach nur aus Geldfixiertheit heraus mich weiterempfehlen. Das bringt dir nichts und es bringt dem Kunden nichts, sondern du willst Leute haben, die dich aus Überzeugung weiterempfehlen, weil du einen guten Job machst. Das ist ultra wichtig. Also das heißt, das ist eine Möglichkeit, Schuldnerberater. Der zweite Punkt ist, es gibt sogenannte Wirtschaftsberater. Das sind auch Schuldnerberater, nur die beraten natürlich generell in wirtschaftlichen Dingen. Und diese Menschen sind auch gute Ratgeber. Vermögensberater auch durchaus gut, weil die sitzen ja an der Quelle, die sehen ja, wenn jemand in Schwierigkeiten kommt, warum sehen die das? Ja, wenn bei denen ein Vertrag abgeschlossen wurde, ob das ein Versicherungsvertrag, ob das ein Investmentvertrag war und auf einmal werden die nicht mehr bezahlt, dann weißt du, da ist ein Problem. Und der kann dich dann auch wieder empfehlen an diesem Punkt. Gut, Insolvenzverwalter, genau das nächste, Insolvenzverwalter, Riesenthema. Es sind ja Rechtsanwälte in der Regel, nicht in der Regel, sondern sind Rechtsanwälte, die Insolvenzverwalter sind, die auch natürlich diese ganzen Zahlen bekommen und sehen und wissen, wer von denen muss seine Immobilie verkaufen. Und hier kannst du ultra gute Netzwerke bilden, schnüren, Allianzen aufbauen und dir dauerhaft gute Leute ranholen, die dir Empfehlungen geben. Du musst aber auch in der Lage sein, eben in dieser Liga spielen zu können, mit den Leuten gut kommunizieren zu können und die Sachverhalte, die Zusammenhänge zu verstehen. Wenn du natürlich überhaupt 0,0 Plan hast, keine Ahnung hast, dann werden die dich schnell entlarven, dass du eben keinen Plan hast. Deshalb ist es wichtig, dass du verstehst, was die Hintergründe sind, wie das Ganze funktioniert, ein guter Verhandler bist, ein guter Kommunikator bist, um diesen Leuten auch Mehrwert zu schaffen. Weil da geht es dann wieder los. Die Leute wollen einen Mehrwert haben und der Mehrwert ist eben nicht das, was viele denken, immer nur einfach der Austausch Provision, sondern hey, du hilfst denen ein Problem zu lösen. Weil der Insolvenzverwalter, der findet das unheimlich sexy, wenn du die Immobilie ziemlich cool verkaufst, besser verkaufst als andere, damit er mehr Geld für die Insolvenzmasse hat. Oder auch der Schuldnerberater, wie auch immer. Also hier hast du eine tolle Möglichkeit, cooles Netzwerk aufzubauen, gute Leute aufzubauen und langfristig Geschäft zu etablieren und eine Pipeline, also Pipeline, oder man könnte auch sagen eine Ölquelle zu haben, die dir permanent neues Geschäft liefert. Und schreib mal gerne hier in die Kommentare rein, was denn so deine Multiplikatoren sind, die du bereits in deinem Business aufgebaut hast. und lass vor allen Dingen auf jeden Fall ein Abo da oder beziehungsweise abonniere meinen Kanal, damit du kein Video mehr verpasst und gerne auch ein Like. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute bis dahin.